Hey Leute, ich bin Benni von Aquaporist, eurem Online-Shop für Natürliche Aquaristik. Heute geht es darum, ob man nicht auch leere Gehäuseschnecken als Bodengrund nehmen kann. Also leere Gehäuseschnecken, sondern nur das Gehäuse natürlich. Da hatte ich vor ewiger Zeit, ihr werdet euch sicherlich daran erinnern, mal vor, das als Experiment quasi zu starten. Und das war so, dass ich gesammelt habe, leere Posthorn-Schneckenhäuser. Ich meine, wir züchten ja hier Posthorn-Schnecken, da kommt das einfach vor, dass man auch mal leere Posthorn-Schneckenhäuser hat. Dazu noch einige andere, die wir halt hier irgendwie hatten. Also sei es von Jodaschnecken, Blasenschnecken. Kann auch sein, dass noch einzelne Rennschneckenhäuser da drin waren, wobei die häufig schon von meiner Tochter rausgesucht werden als, oh, die sind besonders schön, die verschenke ich. Da mache ich ein Bild draus, wie auch immer. Jedenfalls diese gesammelten Posthorn-Schnecken hauptsächlich habe ich in ein neues Experimentierbecken gegeben. Wasser aufgefüllt und festgestellt, die gehen gar nicht unter. Das ist schon mal blöd. Also jetzt als Bodengrund neu starten, leere Posthorn-Schneckenhäuser, oder generell Schneckenhäuser sammeln, dann da reintun. Doof. Geht nicht. Das ist dann meine Tochter ein bisschen dran umgepanscht. Und ich habe selbst auch das Ganze dann in einem gefilterten Becken, in der Hoffnung, dass das dann durch die Filterströmung irgendwann mal untergeht. Es hat so mäßig funktioniert, einfach weil in den Schneckengängen sich quasi Luft sammelt. Man muss die dann wirklich ein bisschen drehen, dass die Luft dann da raus kann und dann gehen die Schneckenhäuser unter. Ich habe dann schlussendlich gewartet, meine Tochter drin rumgerührt, bis es dann, ich sage mal so zwei Drittel, vielleicht sogar drei Viertel der Schneckenhäuser untergegangen sind. Den Rest habe ich einfach abgefischt wieder, habe gesagt, reicht jetzt. Ausreichend viele drin, die restlichen nehmen wir wieder raus und tun sie halt weg. Und dann habe ich das Ganze erst mal beobachtet. Da waren von euch schon unter den, ich weiß nicht, war das in dem Beckenrundgang und ich glaube, da gab es auch einen Short zu, waren in die Kommentare, das kann man doch nicht machen, da ändern sich die Wasserwerte und da hat man ja Riesenprobleme. Ja, also ich habe die Wasserwerte gemessen, da hat sich absolut gar nichts geändert. Und der Hintergrund ist der, ich glaube, dass diese Vorsicht richtig ist. Zum einen, wenn ich Schneckenhäuser einbringe, die, ich sage mal, viele benutzen ja Schneckenhäuser aus dem Meer. Da habe ich schon mal erstens die Möglichkeit, dass ich dort Salz einbringe und zusätzlich Mineralien, die in meinem Wasser gar nichts zu suchen haben. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn ich sehr weiches, saures Wasser habe, dass ich dann natürlich die Schneckenhäuser anlöse und dort die Mineralien ins Wasser übergehen. Wir haben hier sehr hartes und mineralreiches Wasser. Das heißt, tendenziell ist da schon mal wenig, ja, Unterschied. Wenn hier nennt man es so schön, Konzentrationsgradient, was jetzt dafür sorgen würde, oder auch wenig Säure im Wasser, was jetzt dafür sorgen würde, dass die Schneckenhäuser überhaupt angegriffen werden. Unter anderem deswegen haben wir ja auch überhaupt nur so viele leere Schneckenhäuser in den Becken. Ja, das ist der erste Punkt, dass da relativ wenig überhaupt gelöst wird. Wie gesagt, von mir aus nicht messbar nach einem halben Jahr. Und also ich habe es mehrfach gemessen, aber auch nach einem halben Jahr war nichts an den Wasserwerten veränderbar. Also ich habe keinen Wasserwechsel gemacht, keine Tiere drin gehabt. Ich habe einfach nur dieses Becken aufgefüllt mit Leitungswasser, diesen Schneckenbodengrund drin gehabt, ein halbes Jahr lang gewartet und die Wasserwerte haben sich faktisch nicht geändert. So, das Ganze nicht beleuchtet und gar nichts, einfach nur gefiltert. So, dann ist der nächste Gedankengang. Ich habe ja auch verschiedene Kugelfische gehalten und die fleißig mit Schnecken gefüttert. Und da ist es einfach so, wenn man nicht ständig hinterher ist, die Schneckengehäuse rauszunehmen, dass sich auch da mit der Zeit quasi ein Bodengrund aus Schnecken bildet. Und auch da hat sich kein Wasserwert irgendwie geändert. Wichtig ist vielleicht, auch da, wenn ich härteres Wasser habe und nicht so die Tendenz ist, das Ganze zu zersetzen, dauert es einfach länger. Es gibt da ja zum Beispiel Tanganyika-See, diese bekannten Schneckenhausfelder. Der Tanganyika-See ist dafür bekannt, super mineralreich zu sein. Und es ist bekannt, dass diese Schneckenhäuser seit tausenden Jahren da drin liegen. Also da hat sich nichts geändert. Teilweise fangen die irgendwann an zu versteinern oder so, oder dass sich andere Lebewesen da drauf niederlassen. Es gibt ja auch bis heute Muschelkalk. Also hier, wo wir wohnen, gibt es ganze Gebirge aus Muschelkalk. Das ist einfach frühzeitliches Meer, wo sich die Muscheln angehäuft haben und ist dann halt irgendwann mal gepresst und zum Stein quasi geworden. In geologischen Zeiträumen, das machen wir im Aquarium nicht. Trotzdem ist es so, dass sich natürlich nicht alle Muscheln- und Schneckenhäuser einfach irgendwie zersetzen, sondern die bleiben dann halt da, wenn die Gegebenheiten da sind, dass sie nicht korrodiert werden, nicht von Säuren zerfressen werden, nichts irgendwie die Mineralien da rauslöst, dann bleibt das einfach so. Also wenn ich sowieso schon mineralreiches Wasser habe und dann nicht irgendwelche exotischen Schneckenhäuser einsetze, sondern von den Schnecken, die auch in diesem Wasser gelebt haben, dann tut sich da nicht so viel. Deswegen müssen wir auch unter anderem Mineralfutter bei den Schnecken dann teilweise zufüttern, weil sie halt trotz mineralreichem Wasser diese Mineralien so stark aus dem Wasser rausnehmen. Auch da könnten sie ja die leeren Gehäuse auffressen. Teilweise die Jodaschnecken haben das bei uns ganz gut gemacht. Die Posthornschnecken, konnte ich das noch nicht beobachten, dass die die leeren Gehäuse quasi auffressen würden, um selbst die Mineralien zu nehmen. Was auch wieder dafür spricht, dass diese Mineralien direkt aus dem Wasser genommen werden oder sich vielleicht dann gar nicht so stark lösen, denn die liegen ja immer noch da rum. Lange Rede, kürzer Sinn, es hat funktioniert. Ich konnte das als Bodengrund da einfach drin lassen, die Wasserwerte haben sich nicht geändert. Trotzdem muss ich das Experiment jetzt abbrechen, weil wir halt diese Becken umziehen wollen. Also ich musste das alles rausräumen. Ich hatte erst überlegt, lasse ich das jetzt drin, weil es so nervig war, die halt ins Wasser zu kriegen. Habe mich dann schlussendlich dagegen entschieden. Trotzdem würde ich das irgendwann nochmal machen wollen, denn ich merke das immer wieder in Becken, wo Posthornschnecken mit Garnelen zusammen leben. Und auch da, nach einigen Jahren sammeln sich halt tote Posthornschnecken an, also die Häuser natürlich. Das ist halt einfach so. Posthornschnecken haben eine endliche Lebensdauer. Das weiche Innere wird sowohl von Schnecken als auch von Garnelen ganz gerne dann weggefressen. Und übrig bleiben halt diese Kalkgehäuse. Und wenn ich jetzt so ein Becken habe und da anfange, das leer zu machen, dann beobachte ich immer wieder, dass die Garnelen sich in diese Posthornschneckenhäuser verkriechen. Also wirklich da reingehen und ich muss sie dann mühsam rausschütteln. Sieht teilweise auch ganz süß aus, wenn man da ein bisschen wartet, also wartet, diese Schneckenhäuser in ein Schälchen tut. Dann gucken die halt irgendwann mit dem Kopf da raus. Und dann hat man halt so ein Schneckenhaus, wo dann den Kopf von der Garnelen rausguckt. Sieht immer ganz niedlich aus. Ich glaube, ein Foto davon haben wir nicht, aber muss ich unbedingt mal machen. Und deswegen würde ich so etwas gerne nochmal machen, weil ich weiß, theoretisch können die das als Rückzugsort nehmen. Ich habe immer wieder gesagt, Garnelen brauchen eigentlich keine Höhlen. Also eine Handvoll Moos ist wahrscheinlich tausendmal besser als eine Handvoll Schneckenhäuser. Trotzdem besteht eben die Möglichkeit, dass sie dort reingehen. Und ich glaube, dass es bei unterschiedlichen Garnelenarten nochmal ganz anders ausgeprägt ist. Also ich sage mal, die ganzen Garnelenarten aus den alten Sulawesi-Seen, also Malili, Poroso und so weiter, sind viel stärker mineralgebunden. Also gehen in Steinspalten, gehen in irgendwelche Ritzen und auch die würden wahrscheinlich viel stärker in solche Schneckenhäuser reingehen. Das wäre nochmal eine Idee, wo ich das ausprobieren könnte. Würde ich das jetzt sofort machen? Nein. Aber in Zukunft kann ich mir das sehr gut vorstellen, nochmal so ein Becken aufzusetzen. Ich habe da auch nach meinen Tests überhaupt keine Bedenken. Solange man das jetzt nicht in irgendeinem sauren, weichen Wasser macht, sondern in ordentlich hartem, mineralischem Wasser, ist da eigentlich nichts zu befürchten, dass da jetzt, wer weiß, wie die Wasserwerte verändert werden. Wie gesagt, ein halbes Jahr lang gut durchgemischt, gefiltertes Wasser, nichts passiert, nichts Messbares. Ja, hat das jetzt irgendeinen Vorteil? Wachsen da irgendwie die Pflanzen besonders gut drin? Mit Sicherheit nicht. Also da müsste man, wenn man Pflanzen haben will, auf jeden Fall Töpfe einsetzen. Hat das sonst irgendwelche Vorteile? Das wahrscheinlich auch eher nicht. Im Vergleich zu Kies kann sich da viel mehr irgendwie Detritus drin absetzen, in den Schneckenhäusern noch, was dann wieder zu solchen Totstellen quasi führen könnte. Das Einzige ist eben optisch, dass ich das ganz witzig finde und eigentlich ganz schön finde. Und man diese zusätzlichen Höhlenmöglichkeiten hat. Ob die genutzt werden, steht auf einem anderen Blatt. Und ich fand es trotzdem ganz ansprechend und werde es wahrscheinlich irgendwann nochmal ausprobieren. Zu diesem Zeitpunkt werden wir dann auch nochmal ein eigenes Video zu machen. Aber ja, trotzdem Abschluss. Und weil viele immer gefragt haben, was ist denn jetzt damit? Das kann man doch nicht machen. Also ja, ich sehe das nicht kritisch. Mein Experiment hat gezeigt, dass es kein Problem war oder wäre. Ich habe ja keine Tiere eingesetzt, aber es wäre definitiv kein Problem gewesen, Tiere einzusetzen. Denn die Wasserwerte haben sich nicht geändert. So, jetzt wiederhole ich mich. Falls ihr noch Kommentare dazu habt und sagt, ich habe das schon mal ausprobiert oder bei mir hat es überhaupt nicht geklappt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Falls ihr sagt, es hat überhaupt nicht geklappt, dann schreibt gerne, warum, was eure Wasserwerte sind. Denn ich wüsste jetzt keinen, der sowas schon mal zumindest öffentlich ausprobiert hat. Und wenn, dann immer nur mit solchen Meeresschnecken oder auch Weinbergschneckenhäusern oder so. Irgendwas, was halt nicht in dem Wasser aufgewachsen ist, wo es dann auch wieder gehalten wird. Das war quasi das Fazit dazu. Genau, in dem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.